Du siehst durstig aus. Hör auf damit! Zeig mir doch her. Das ist eklig. Da hast du recht. Das ist es. Du verstümmelst dich hier selbst. Seid ihr verrückt geworden? Runter von ihr! Das meint ja, bist du bescheuert? Herr, das ist ein Bewahrer. Hör mich, Kai! Ich ruf die Bullen! Nein! Ich liebe Sohn. Kai nicht. Ich komm nicht mehr mit, ich so sehe. Du verlässt diesen Zirkel, Zoe, und Kai wirst du mitnehmen. Ich liebe ihn wirklich. Ich komm nicht mit. Was soll denn das jetzt mit? Ich hab Angst. Vor mir? Vor mir. Davor, dass ich dir weh tue. Oder jemand anderes. Ich will doch nicht in ein Meeting mit einem Bürgermeister reinmarschieren, mir die Ärmel hochkrempeln und dann ist da irgendwas, wodurch er denken könnte, dass ich nicht sein rettender Retter bin. Dein Körper. Ich kenne deinen Körper, Kai. Den kenne ich gut. Und das? Das ist anders. Du bist anders. Wer bist du, wenn du nicht mein Sohn bist? Ich habe nur dieses Leben und das werde ich nicht verschwenden. Ich habe Gefühle in mir, die ich nicht... ...die ich nicht kontrollieren kann. Ich habe keine Angst vor dir. Ich habe keine Angst vor dir. Ich liebe dich so. Aber das ist nicht deine Entscheidung. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Kai und ich haben Schluss gemacht. Immer wieder. Er hat gesagt, er lieb mich nicht. Immer. Immer. Emma, mirá! Ich bin mit ihr in der Erde.